hallo und herzlich willkommen zum adventures friday ich spiele heute das spiel heroes of the storm und dann schauen wir mal die quest an wie es eine spezialistin träge beim spiel oder ein unterstützer gehen wir mal auf spielen lily hatte mal das letzte mal gehabt und dann so weit unterstützer oder ein spezialisten in einem mit der russisch vor was gezeigt den haben wir den da will man sagen spielen wir mal furion und stärke gewähren schau mal wieder ein schnell ohne ging ein paar spieler wie lange dauert das wo steht hier die zeit die zeit können wir noch warten ich weiß nicht ob ich schon mal mit mal furion gezockt habe also besser mit lily und gerd satan mit dem eingang schon gespielt also mit aufnahme mit furion weiß ich nicht aber auf jeden fall ist er auch schon fast level 5 habe nur 3550 gold dafür können wir auch nichts neues kaufen naja egal egal nur noch sieben sekunden ich denke mal länger dauern wie 97 minuten ach doch ach doch 98 ach doch 98 letztes mal habe ich verloren ich hoffe diesmal wenn wir gewinnen in einer gruppe in einer gruppe ich habe hier ein bisschen kabelwirtschaft über die tastatur umgehen aber das ist kein problem ich mache mir hier schon meinen platz ach da holen wir noch mal schnell den schreibtisch ein bisschen auf weil das sieht ja mal wieder aus wie unter aller sau so so musste ich die spritze nicht letztens abholen ach egal für indonesi musste ich mir ein paar spritzen kaufen aber kein problem so so den finde ich auch cool aber der ist bisschen schwächer geworden der war mal stärker gewesen mit der johanna mit der kann ich überhaupt nicht zocken grau männer habe ich noch nie gespielt die ming auch nicht reina der ist auch ganz cool das ist ja ein unterstützer der mönch weiß ich jetzt gar nicht ob ich mit dem gespielt habe grau männer nicht mit der habe ich auch schon gespielt da sind die in dem panzer die ist auch ganz cool und mit dem habe ich auch noch nicht gespielt mit der seratron jo so dann hoffen wir mal dass es jetzt hier langsam los geht mit garten der ängste wir warten nur auf du mit 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 das dauert aber ganz schön lange da warte ich schon fünf minuten ok das video läuft schon gleich sechs minuten zwei minuten haben wir gewartet und halt begrüßung mit ausgesucht also vier minuten warte war bestimmt schon ah jetzt es passiert was es passiert was ich bin durchgeladen und den johanna auch grau männer auch die ming auch die ming auch oh beia ich habe hier lex übelste lex mit den wie lang zu laufen ist bisschen doof indem sie fünf vier drei drei die drei fünf vier drei anringen verringert nicht regeneriert verringert die wohnfeuer ach komm wir gehen einfach auf Schad wenn die mich hier allein lassen hmm weswegen spiele ich gerne gegen spieler wenn mein internet nicht da ist habe ich schon zu gut wie verloren schon bald ist es nacht ich hoffe ihr seid bereit das ist das ist das ist das ist das ist das ist auch zu ihm zu dann er Kann doch nicht sein. Seht ihr wie das hier leckt. Das ist ja unerträglich Das ist ja unerträglich. Fuck. Okay. Okay. Oh, what's the one here? Oh. That's a hint. Oh, wow. Oh. Oh. Oh, wow. Oh. Oh, wow. Gut gemacht. Das gegnerische Ungeheuer ist nicht gegangen. Ich bin wieder gesund. Tja, das war mal wieder ein Satz mit links. Ah, ich bin nicht der schlechteste. Das freut mich. Das gegnerische Ungeheuer wurde gestillt. Das freut mich. 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 Ah, ich bin wieder gesund. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit, uns zu vergnühen. Wie die Natur gebietet. Die Unkrautler erheben sich erneut. Befreit meine Samen! So soll es geschehen. Hmm. Ich halte damit, unser Leben muss sich durch nachwachsen. Bald schon wird euer Gegner über ein Ungeheuer verfügen. Vergrößert die Wirkungsbereich von mir und kann auf ein Extremfall aufpassen. Kapierung, den Schaden eines Gegnerschen Helden zu dringern. Gestürmt und zerstört! Worteilaufmüche Blut Auf aide auf die Umwelt zu Mikrochen. Hm. Die Kaldurien sind siegreich. Söder für meine Kinder. Die Sonne geht auf. Für den Aufblick müssen meine Kinder rum. Für eure Gegner ist ein ungeheuer herangewachsen, Helden. Dieses Land und ich sind eins. Na, mit der Art von Sanitäter kann ich mich an... Wie die Natur geliefert. Wie die Natur geliefert. Für Kaldur. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Ah. Eure Rohr wurde zerstört. Gut gemacht. Das täglichen Ungeheuer ist entgegert. Heute wird der Fall. Blut fördert das Wachstum meiner Flang nur ist genug. Oh, okay. Hm. Oh. Ach ja. Das war unterhaltsam. Ein Kill. Sieben Unterstützung. Steht hier irgendwo die... Ooooooh. Numeros. Ich werde dich nicht sterben! ich glaube, ich seh schlecht, ... nee, noch nicht! Traum ist schon mal super gestorben. 4 ja so mein eP-Beitrag ist nur Achttausends Vorwärts, also bin ich der Schlechteste, der ist eigentlich der Beste von allen. Das gegnerische Ungeheuer ist nur nichts weiter als verdammte Blödsinn! Was haben die eigentlich vor? Wenn die nicht normalerweise schon längst durch... ...weil die wenigsten, die nicht in der Dunkel. Man muss seaunlich doch nur, aber wenn sie nicht in dieлушайe... ...dass sie nicht in der Dunkel finden, ist sie noch nicht in der Dunkel. Das war's für heute. Und wie sieht's jetzt aus? Zehn Unterstützung, sechsmal gestorben. Ach, ich bin nicht mehr der Schlechteste. Gott sei Dank. Jetzt ist Slimming die Schlechteste. Ich hab hier nicht irgendwo erfahren, wie die ... ähm ... Ding ist es ... na, wie heißt das nochmal? Die, die, die ... Der Ping ... Oh, jetzt ist der Ping weg. Nee, ich bin doch noch ein bisschen da noch drauf. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. So ... jetzt können wir jetzt loslegen. Sie sind auch ein paar ... Ich bin ja ... Ich bin ja ... Schrappert sie alle und erlangt meine Damen zurück! Viel zu sein! Was ist das? Jetzt sind alle kaputt. Jetzt haben wir vollwand. Jetzt haben wir verloren. Jetzt nochmal von vorne. Und verloren. Aber dann war es schon zu spät. Ich habe eine Belohnung erhalten. Ein Haustier. Cool. Und 2000 Gold. Ach weil ich neue Stufe erreicht habe. Ich bin 20. Ich war der schlechteste von allen. Schlechter ging es gar nicht mehr. Naja. Was solls. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Mir nicht. Dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.